Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast, in dem wir uns mit einem spannenden Thema befassen. Wie beeinflusst der heutige Stand von Sonne und Mond unsere Stimmungen und Verhaltensweisen? Mein Name ist Justina Finkelstein und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir die Tagesenergie in Human Design zu erkunden. Das Human Design ist eine revolutionäre Methode, die uns dabei hilft, uns selbst auf eine tiefe Weise zu verstehen und unser Leben in Einklang mit unseren energetischen Mustern zu gestalten. Jeder von uns hat eine einzigartige energetische Signatur, die im Laufe unseres Lebens unveränderlich bleibt. Mit Hilfe des Human Design Charts können wir herausfinden, welche Zentren in unserem Körper aktiviert sind und wie sie miteinander interagieren. Durch dieses Verständnis können wir unsere Energie am besten nutzen und unsere Ziele auf effektive Weise erreichen. Also, macht dir es bequem und lasst uns gemeinsam die faszinierende Welt der Tagesenergie im Human Design eintauchen. Die Sonne und der Mond sind zwei der wichtigsten Himmelskörper im Human Design System. Sie haben eine bestimmte beeinflussende Energie, die an einem bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht. Jeder von uns kann anders auf das Transitwetter, auf die Tagesenergie reagieren, je nach unserem Human Design Tipp. Daher ist es wichtig, unsere eigene Reaktion zu beobachten und zu verstehen, um die Energie des Tages optimal zu nutzen. So können wir uns besser auf unsere Aktivitäten und Projekte und auch Herausforderungen einstellen und uns insgesamt besser fühlen. Eine der wichtigsten astrologischen Elemente in Human Design ist die Sonne. Die Sonne liefert uns tagtäglich 70% ihrer Strahlkraft und kann uns helfen, uns aktiv und produktiv zu fühlen und unser Selbstvertrauen zu stärken. Heute, am 26. März 2023 um 6 Uhr ist die Sonne im Tor 17-2. Dank Energie des Tores 17 haben wir kollektiv noch kommende fünf Tage die Fähigkeit, informationsbasierte Meinungen zu formen, die als Basis für eine weitblickende Organisation von Systemen dienen können. Diese Energie ermöglicht es uns, Informationen zu verarbeiten und daraus logische Meinungen zu bilden, um eine Vision für die Zukunft zu entwickeln und sie in ein Konzept zu integrieren. Um gültig und widerstandfähig gegen Kritik zu sein, benötigen Meinungen ein solides, logisches Fundament. Tor 17 repräsentiert das rechte Auge, das bedeutet, dass klare Details im Jetzt sehen und klar begreifen kann. Die Energie des Tores unterstützt uns kollektiv, im Jetzt aktuell starke Meinungen zu bilden und das ist ein Bedürfnis nach einer individuellen Perspektive. Heute wird uns nahegelegt, dass wir uns auf gezielte Verbindungen konzentrieren sollen, um gemeinsam höhere Ziele zu erreichen und Meinungen zu bilden. Wir sollten dabei den Scharfblick nutzen, um die passenden Gruppen auszuwählen, die uns dabei unterstützen. Allerdings sollten wir darauf achten, dass unsere individuellen Ansichten uns nicht in die Isolation führen. Du kannst heute darauf achten, was das Tor mit dir macht und ja, darfst du aufpassen, dass du dich nicht zu stark isolierst. Wir freuen uns auf deinen Bericht über dein aktuelles Leben und aktuellen Situationen. Der Mond gibt uns unseren Fokus und beeinflusst unsere Gedanken und Handlungen. Bei 2% der Bevölkerung, bei Beobachtern, Reflektoren und mentalen Koordinatoren, mentalen Projektoren, hat der Mond tagtäglich besonders starken Einfluss. Heute ist der Mond im Tor 20-2. Das Kollektiv hat durch Tor 20 die Energie für das bewusste Erleben der Gegenwart. Es ermöglicht die sofortige Umsetzung von Erkenntnissen in spontane Ausdrücke oder Handlungen. Die Energie von Tor 20 repräsentiert also die Gegenwärtigkeit im Jetzt und ermöglicht das bewusste Erleben des gegenwärtigen Moments. Dieses Tor ist der Ausdruck der Existenz im Jetzt und kann mit drei anderen Zentren, mit dem Identitätszentrum, dem Lebenskraftzentrum und dem Intuitionszentrum in Verbindung stehen. Es ist das komplexe Tor im Ausdruckszentrum und verkörpert das Potenzial, alles jetzt und ohne Verzögerung auszudrücken. Die Stimme von Tor 20 sagt, ich bin jetzt, ich spreche jetzt und prägt damit Aktionen und Sprache. Es unterstützt uns bei Umsetzung von Erkenntnissen in spontane Ausdrücke oder Handlungen und verleiht dem Kollektiv die Energie für das bewusste Erleben der Gegenwart. Also das Potenzial des Tores ist die Gegenwärtigkeit und Wunsch oder sogar Ungeduld, alles und zwar jetzt gesagt oder erlebt zu haben. Heute ist es wichtig, dass wir nicht dogmatisch oder starkköpfig sind und offen bleiben für verschiedene Perspektiven. Andernfalls laufen wir Gefahr, bestimmte Aspekte zu betonen und andere auszublenden. Die unterstützende Energie ermöglicht es uns im Hier und Jetzt präsent zu sein und uns mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden. Der Schaden dieser Energie zeigt sich in einem eingeschränkten und starren Denken, das Dinge ausblendet, die scheinbar keine Bedeutung haben. Ja, du kannst heute darauf achten, was die beiden Tore mit dir machen und ja, wir freuen uns auf deine Berichte darüber. Es ist uns wichtig, dass auch du das Tageswetter verstehst und beachtest, um die Energie für dein eigenes Wohlbefinden zu nutzen und dich besser und mental stärker zu fühlen. Bitte beachte, dass wir unterschiedlich auf das Tageswetter reagieren können. Daher ist es ratsam, dein eigenes Empfinden zu beobachten und zu lernen, wie die Sonne und Mond auf dich wirken. Wenn du noch nicht weißt, welcher Human Design Typ du bist, kannst du gerne den Link unter dem Video oder im Bio nutzen, um dich für eine kostenlose Analyse und ein kurzes Reading bei uns anmelden. Wir danken dir für alles, was du bist und was du tust und für deinen persönlichen Beitrag in dieser Zeit des Wandels. Wir freuen uns sehr über deine Anerkennung, Videos weiterleiten, Kanal folgen, Herzen, Daumen hoch und für alle Kommentare und wünschen dir sonnigen Sonntag und sagen einfach bis morgen, deine Human Design Coaches Justina und Daniel.